Hi Leute, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es eine neue Episode Relentless. Wir nähern uns langsam und langsam dem Wettkampf. Ich habe jetzt schon einige Wochen Wettkampfdiät hinter mir. Mein Gewicht ist auch schon etwas gesunken, wobei ich sagen muss, dass es sich einigermaßen hält, dadurch, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Gas geben kann und so weiter und so fort. Deshalb fahrt ihr jetzt mehr dazu in dieser Folge. Viel Spaß, los geht's! Na ja, ich muss zugeben, ich bin jetzt in der Wettkampfvorbereitung, also dürfen die Tage und Wochen sich auch wie eine Wettkampfvorbereitung anfühlen. Und ich habe jetzt aktuell weniger als zweieinhalbtausend Kalorien in meinem Baseline-Plan. Ich habe einen High und einen Low-Plan. Der Baseline ist roundabout 2500 Kalorien bei zweimal Cardio am Tag, also morgens und abends, wobei abends meistens so ein kleiner Spaziergang ist. Morgens ist dann schon richtiges Cardio, wo ich versuche, über 130 Puls zu sein, also um die 130. Und ja, ich gehe nicht immer energiegeladen und voll geil und Bock ins Training, sondern ich habe jetzt immer mehr und mehr Tage, wo ich mir denke, so, irgendwie die Beine werden schwer, so ein bisschen Lethargie kommt mit rein. Lethargie ist für die meisten Leute eher noch kein Begriff, weil man muss schon wirklich ein hohes Stresslevel haben, intensive Trainings und relativ wenig essen, dass sich diese Lethargie um man einstellt. Und es fühlt sich so an, als wenn man krank werden würde. Man hat diese schweren Beine. Alles ist anstrengend. Reden wird anstrengend. Man verabredet sich automatisch weniger mit Freunden. Man macht automatisch weniger draußen. Also der Körper reagiert da schon von selbst ein bisschen. Das habe ich jetzt auch langsam gemerkt. Und bevor es ins Training geht, merke ich dann auch, weil ich weiß, da geht es dann halt zur Sache. Da sagt mir mein Kopf und meine Lethargie schon ab und zu, muss das jetzt sein? Können wir nicht lieber auf der Couch bleiben? Aber am Ende des Tages, entweder bleibe ich hier oder ich gehe ins Training. Die Entscheidung birgt immer eine Konsequenz. Ihr wisst, ich bin sehr konsequenzfokussiert. Jede Entscheidung birgt eine Konsequenz. Das heißt, wenn ich nicht ins Training gehe, brauche ich mich nicht auf die Bühne stellen mit den besten Sportlern der Welt. Also Arsch zusammenkneifen, ab ins Training und die Sache abreißen. Und ja, die Trainings sind nicht immer geil und machen auch nicht immer Spaß. Das kann ich so offen und ehrlich sagen, weil wenn dir schlecht ist, du dein Frühstück gerade in den Müllheimen gefeuert hast, dann macht es nicht unbedingt Spaß. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einen Kinoabend mit Popcorn machen oder eine, keine Ahnung, Siesta mit unseren 10 Freunden, sondern du machst so lange Kniebeugen, bis du dein Mittagessen oder dein Frühstück in den Mülleimer kotzt und dann trainierst du weiter. Dann bringst du den Mülleimer raus, machst noch sauber. Ich weiß nicht, ob das für so viele so spaßig ist. Für mich ist es das nicht. Aber auf der anderen Seite, das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe. Der werde ich nachgehen, weil das große Ziel am Ende des Tages ist dann halt eben die Wettkampfbühne und da haben Leute nichts zu suchen, die das nicht tun. Ganz einfach. Wie ihr in der ersten Folge schon gesehen habt, da haben wir ganz viel über Gesundheit gesprochen, über alle Checks. Wir waren beim Kardiologen, wir haben beim Nephrologen die Niere gecheckt, mein Herz, Blut, Blood Pressure, Blutdruck, Puls. Und wir haben alles, wir haben alles geultraschalt, die Leber, Pankreas, meine Blase. Aber das seht ihr alles in der ersten Episode. Schaut euch die sehr, sehr gerne an. Ja, ansonsten, es gibt ein kleines Problem, das ist mein linkes Knie, der Quadrizeps bzw. der Medialis. Das ist dieser, wie nennt man ihn, die Träne, die quasi am Innenseite des Knies ist. Die ist sehr verspannt und zieht meine Kniescheibe ein bisschen nach innen, deswegen habe ich in der Patella etwas Schmerzen, vor allem bei der Hecksquad. Und vielleicht habt ihr es auch schon, wenn ihr aufmerksam in mein Gesicht geguckt habt, was ich euch nicht empfehlen würde. Aber wenn jemand aufmerksam geguckt hat, hat man gesehen, dass mir ein Zahn wieder fehlt. Das ist jetzt Zahn Nummer 5. Der wird morgen früh beim Zahnarzt wieder angeklebt, bevor wir ins Training gehen. Also an und für sich, Körper funktioniert super, alles gesund, Vorbereitung läuft gut an, ich reagiere gut auf alle Sachen. Also an und für sich, wettkampftechnisch gesehen, hervorragend. Aktuell dehne ich mich dreimal am Tag, also ich versuche das wirklich immer sehr geschmeinig zu halten. Ich habe zum Glück, ich kann ja ein bisschen Werbung machen gleich, die Climax Massagegun, die rettet mir den Arsch. Damit kann ich quasi dreimal am Tag über diesen verspannten Muskel gehen, ständig Blut nachschießen. Also es durchblutet ihr einfach mehr, es macht die Muskulatur locker und hoffe, dass es sich relativ schnell wieder, oder dass ich schnell wieder im Griff habe. Freitag war ein cooler Tag. Wir versuchen uns ja immer so ein bisschen, 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 busy, busy, bisschen, bisschen busy zu halten, also beschäftigt zu halten. Das heißt, wir versuchen draußen spazieren zu gehen, uns mit Freunden zu verabreden, so wie am Freitag. Und das war cool, war zwar nicht so anstrengend, wir sind nach dem Gym, nachdem ich mir quasi einen halben Liter Blut selbst abgezapft habe, sind wir dann in die IV-Bar, in die intravenöse Bar, IV, intravenös, und da gab es einen Cocktail in die Vene. In Deutschland ist es leider noch nicht so verbreitet, in allen anderen Ländern auf der Welt jedoch schon, soweit ich weiß. Man kann sich eine Infusionslösung mit Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien, Glutationen, Schmerzmittel, was gibt es noch alles, alles Mögliche. Also hier in Mexiko sind die Gesetze der Medikamente etwas weniger scharf, sagen wir es mal so. Das heißt, man kann sich mit einer Infusionslösung so ziemlich alles reinpfeffern lassen, was es gibt. In meinem Fall war das ein Vitaminkomplex, ein Mineralkomplex, Glutation, falls euch das was sagt, eines der stärksten Antioxidantien. Und dann wollte ich mir eigentlich noch ein Schmerzmittel geben lassen, das anti-inflammatorisch, also entzündungshemmend wirkt. Für mein Knie habe ich mich aber dann dennoch dagegen entschieden, weil die Damen und Herren ein Medikament gewählt haben, was du nach einer Operation bekommst. Also wir reden hier von einem narkotisierenden, außerdem einem, ich würde nicht sagen, dass es in die Richtung von, ja doch es geht schon in die stärkere Richtung der Schmerzmittel, ihr wisst was ich meine. Das wollte ich dann meinem Körper nicht zumuten, ist auch nicht notwendig, weil mir ein bisschen das Knie weh tut. Ja, ein Morphium ähnliches Präparat ist da glaube ich ein bisschen zu vieles Guten, ich werde es auskurieren. Aber dennoch, Auftrag von Coach, es ging um die Intravenöse, um die ganzen Vitamine, denn die kommen dann quasi eins zu eins wirklich an. Und wenn der Vitamin C gespritzt wird, dann schmeckst du das. Und wenn du pinkeln gehst, dann siehst du das, weil das ist drin. Wir reden hier nicht von über hier den Hals in den Magen, da macht die Säure x Prozent kaputt, dann ist deine Zelle einfach nicht gesund genug, um die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien aufzunehmen. Und das ist immer so eine Sache, wenn du es intravenös ballerst, was drin ist, ist drin. Da kannst du halt nichts verändern. Deswegen ist das IV-Treatment oder die intravenöse Behandlung etwas effektiver und effizienter. Aber nochmal, um mitzuschreiben, man kann sich hier einiges verabreichen lassen, wovon ich abrate, weil bei denen ist es halt, ja, also du willst ein Morphin, hast keinen Bock auf Rückenschmerzen, kein Problem, hast gestern zu viel gesoffen, Ah, machen wir hier so 5 Milligramm Oxycodon. Also Oxycodon ist das, wenn dir quasi ein Arm abgeschnitten worden ist, dann kannst du Oxycodon nehmen, dann merkst du nichts. Und das machen die halt mal mit in der IV mit rein, wenn ihr das braucht. Anyway, aber nicht mit Schrotflinten auf Spatzen schießen. Wenn euch das Gesicht immer noch still steht, als ich sagte, ich habe mir einen halben Liter Blut aus dem Körper gezogen, dann hat das einen guten Grund. Und zwar, ja, es hört sich vielleicht ein bisschen barbarisch an, etwas eklig, aber man nennt das Adalas. Das ist schon im Mittelalter bekannt gewesen, das ist einer der natürlichsten Methoden, um Blutdruck zu senken und quasi pauschal gesagt einfach mal den alten Dreck rauszubringen, zumindest mal einen gewissen Prozenteil davon. Ein halber Liter hat sich in der Regel so 400 bis 600 Milliliter als sehr, sehr gut herausgestellt. Also ich fühle mich danach sehr, sehr gut. Ihr müsst euch vorstellen, bevor ihr die 500 Milliliter aus eurem Körper zieht, fühlt es sich von innen so ein bisschen nach Druck an. Stellt euch vor, ihr seid 5 Minuten in der Sauna. Ihr kennt das, wenn euer Herz so ein bisschen stärker schlägt und ihr von innen diesen Druck habt. Wenn ihr 500 Milliliter Blut aus euch rauszieht, ist dieser Druck weg, dann fühlt es sich an wie nach einer kalten Dusche auf einer Liege. Unheimlich entspannt, mein Blutdruck geht runter. Außerdem ist es gut, um meinen Körper zu säubern. Ihr wisst ja, dass meine Leber immer ein bisschen zickig ist, da muss ich aufpassen und unterstütze ich ihn einfach, indem ich einen halben Liter Dreck raushole und dann im nächsten Schritt eine Infusion gebe mit den ganzen wichtigen Dingen, die mein Körper so braucht, um die ganze Kacke, die ich mit ihr mache, abzufangen. Also wir reden, wie gesagt, Antioxidantien, Zellgesundheit, Vitamine, Mineralstoffe, bla 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 bla. Aber Adalas, wen das interessiert, der kann das gerne mal googeln. Unheimlich interessantes Thema. Und, sorry, und nein, Medikamente sind keine gute Alternative, auch wenn euch euer Arzt das sagt. Denn ratet mal, wer an diesen Pillen verdient. Wer verdient? Der Arzt. Und die, die sie herstellen. Wer verdient am Adalas? Nichts. Der Arzt. Weil da gibt es nichts, was ihr kaufen müsst, was ihr schlucken müsst. Deswegen wollen das die meisten Ärzte auch nicht mehr machen. Verständlich, ich würde auch nicht umsonst gerne arbeiten. Auf der anderen Seite unverantwortlich, weil man einfach die natürlichste und meiner Meinung nach gesündeste Methode einfach vorenthält, weil Geld wichtiger ist als Gesundheit. Und das ist Fakt. Es gibt einige, einige Dinge, die man natürlich besser in den Griff kriegt, als mit Medikamenten. Aber, so wie das halt ist, es wird Geld verdient. Jeder wird Geld verdienen, sowohl die Ärzte, sowohl die Pharmakonzerne. Ihr kennt dieses ewige Hin und Her. Ihr wisst, was ich meine. Also Adalas, unheimlich interessant. Google.de, hilft euch weiter. Wenn ich an die Olympia denke, jetzt in diesem, also ich kann immer nur von diesem Moment sprechen. Wenn ihr ein Video seht von letzter Woche oder von nächster Woche, wo ich heule, wo ich kotze, wo ich Leute beleidige, irgendwas, dann mag das die jetzige Situation sein. Und ich rede immer von der jetzigen Situation. Jetzt im Moment freue ich mich wie ein kleines Kind, weil ich mit meinem Papa telefoniert habe, heute Morgen. Und ich habe zu ihm gesagt, Daddy, es wird Zeit, wir müssen die Flüge buchen für Vegas. Und er war so, ich weiß nicht, ob ich kommen soll und ich weiß ja auch, dass ich arbeit für dich bin. Und ich habe gesagt, hey Paps, entspann dich, Eduardo wird dabei sein, macht ihr euren Scheiß, geht Burger essen, geht mir nicht auf den Sack. Aber bitte, ich will, dass du dabei bist. Und jetzt kommt's. Das, was ich jetzt sage, meine ich ernst. Und es wird sich auch nicht verändern. Auf Olympia zu stehen, auf dieser Bühne zu stehen, auf der Bühne die Posen zu machen, mit den besten Menschen der Welt, dort oben zu stehen und zu kämpfen, hat für mich keinen Sinn. Null. Interessiert mich nicht. Hat dich schon. Muss ich nicht nochmal machen. Angenommen, ich würde jetzt Platz 2, 3, 4, 5, würde richtig hoch platziert werden. Cool. Ich weiß aber, wie ich mich danach fühle. Und ich werde mich nicht wertvoller, geiler oder toller fühlen. Aber eine Sache, die ich bis heute immer noch zu schätzen weiß, war die Zeit mit meinem Papa. Und die Zeit mit Eduardo. Das wird mir niemals aus meinem Herzen gehen. Dass man auf dieser Bühne steht, ist cool, war geil, schönes Gefühl. Aber in die Augen zu gucken meines Vaters, als ich ihn als erstes umarmt habe nach der Bühne, dieser Blick, dieser unsichere Blick, als ich von ihm gegangen bin, als ich Backstage musste und er nicht mit durfte. Ich wusste genau, dass er sich Sorgen macht, dass er sich um seinen kleinen Jungen sorgt, dass er gerne dabei sein will, dass er mich unterstützen will, dass er mich aufpuppen will. Der will das Öl machen. Der will ein Teil davon sein. Er konnte es nicht. Und alle diese Emotionen sind tausendmal mehr wert, als auf einer Bühne zu stehen. Die Bühne lebt nicht. Die Bühne ist ein Metall. Da sind keine Emotionen. Die Emotionen kommen durch die Menschen, die Zuschauer, das Ganze drumherum, mit die Olympians, die Leute persönlich zu sehen. Mit ihnen zu sprechen, Fotos mit ihnen zu machen, eine coole Zeit zu haben, Athleten kennenzulernen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn ein Lila Prada, wer das nicht kennt, ist genau hier falsch. Wer Lila Prada nicht kennt, bitte einmal Video ausschalten, googeln, Lila Prada und wieder einschalten. Lila Prada war einer der besten Bodybuilder, ich glaube vor 30 Jahren ungefähr, in der Zeit meines Vaters. Und er hat einen Sohn, der heißt Hunter La Prada, der jetzt auf der Olympia steht, sowie der Sohn meines Vaters, ich. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie cool das war, als ich Lila Prada und Hunter La Prada neben mir am Stand hatte. Mein Daddy und ich sind zu den beiden rübergegangen und wir haben ein Foto gemacht. Zwei Daddies, zwei Söhne. Ihr kriegt langsam ein Gefühl dafür, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und wie gesagt, die Bühne, das hört sich an und für sich cool an, die Bühne an sich ist aber nur Metall. Das hat keine Emotionen, da passiert in mir nichts. Das Drumherum, das macht's. Das ist das Spannende. Und da rede ich nicht von den Athleten. Ich rede von den Menschen, die mit mir dort sind, die mit mir die Emotionen teilen, die mir die Daumen drücken, die nachts nicht schlafen können, weil sie denken, was kann ich noch besser machen, um noch ein größerer Teil des Teams zu sein, um noch mehr zu supporten. Überlegt mal, wie viele Emotionen da drin stecken. Und das will ich auf die Olympia. Und deswegen bin ich über happy, dass ich heute mit meinem Daddy gesprochen habe und er gesagt hat, ja, ich weiß nicht, weil er ist unsicher. Aber natürlich will er mit dabei sein. Er will mir aber auch keine Last sein. Und ich werde ihn überreden und er wird dabei sein. Ich hoffe es, ich hoffe es, hoffe es. Auf jeden Fall, kurz und knapp, long story short, ich habe richtig Bock auf die Olympia. Aber nicht wegen der Olympia, sondern wegen dem ganzen Kleiderradatsch drumherum. Sorry, wenn jetzt der ein oder andere sagt, der Mike hat die Motivation verloren. Nein, im Gegenteil. Die Motivation war noch nie höher. Nur mein Grund, mein Herz, das will in eine andere Richtung. Die Richtung bzw. das Ziel wird immer noch die Olympia-Bühne sein. Aber der Wind in den Segeln, der kommt von woanders. Nun ja, es gibt tolle Neuigkeiten. Ihr werdet das Video leider danach sehen. Also dieses Video jetzt werdet ihr nach dem Event sehen. Ich wurde eingeladen in zwei Wochen nach Cancun. Dort gibt es nämlich die Cancun Classic. Das ist ein NPC-Qualifier-Wettkampf und ich darf dort ein Gast-Posing machen. Bedeutet, ich muss jetzt ein bisschen mehr meinen Arsch bewegen, dass ich für mich persönlich eine gute Off-Season-Form dort zeigen kann. Jetzt nach fünf Wochen Diät bin ich jetzt nicht super in shape und fühle mich geil, sondern ich fühle mich immer noch scheiße, fett und dünn. Was sich in der Regel auch nicht zwei Wochen vom Wettkampf ändert. Aber ich will auf jeden Fall, dass mein Gewicht ungefähr so ein Kilo runterkommt. Das wäre ganz cool. Aktuell habe ich morgens bummelig 97 Kilo. Und ich will so auf 96 Kilo runter. Dann habe ich noch ungefähr so fünf, sechs Kilo bis Stage-Weight. Das würde ich dann gerne halten, bis vielleicht drei Wochen vom Wettkampf und dann wirklich schön tief runtergehen, bis ich schon im Weight-Limit bin eine Woche zuvor und dann schön in den Wettkampf reincruisen. Aber für die nächste Woche gilt ein Kilo mehr runter, Wasser verlieren, Posing will ich üben. Ja, das sind so die kleinen Steps. So, liebe Leute, das war es jetzt auch schon mit dieser Folge Relentless. Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Jeder, der bis hierher geguckt hat, das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Vielen Dank auch für das tolle Feedback zum ersten Video bisher. Das ist jetzt schon online gewesen. Viele Kommentare, viel Feedback bekommen, sehr positives Feedback bekommen. Also, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei bei Relentless. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, Mike.